In 25 Prozent aller Schwangerschaften kommt es innerhalb der ersten zwölf Wochen zu vaginalen Blutungen. Was es damit auf sich hat, was gefährlich ist und was vielleicht auch völlig normal ist, erkläre ich dir in diesem Video. 25 Prozent, das klingt erstmal sehr viel und ist ja auch tatsächlich relativ viel. Jede vierte Frau hat eine Blutung innerhalb der ersten zwölf Schwangerschaftswochen. Und ich kann sagen, 100 Prozent von diesen 25 Prozent haben natürlich extreme Sorgen und Ängste, dass jetzt mehr dahinter stecken könnte. Thema Fehlgeburt ist natürlich immer inbegriffen, wenn es um vaginale Blutungen in der Frühschwangerschaft geht. Und auch wenn das natürlich Vorboten sein könnten, dass etwas nicht so ganz funktioniert, wie es funktionieren sollte, gibt es auch vaginale Blutungen, die völlig physiologischerweise ablaufen, also als normal gesehen werden können. Ich versuche dir jetzt in diesem Video einmal zu zeigen, welche Art von Blutungen als normal gelten können und wo du dir vielleicht doch ein wenig Sorgen machen solltest feststeht. Und unterm Strich ist das die Quintessenz auch dieses Videos. Jede vaginale Blutung gehört ärztlicherseits abgeklärt. Fangen wir aber erstmal an mit den Blutungen, die sein können und gar nichts Schlimmes bedeuten. Allen voran ist ja immer diese Einnistungsblutung gemeint. Die Einnistungsblutung, wie der Name schon sagt, passiert dann, wenn sich befruchtete Eizelle in die Gebärmutterschleimhaut hineinfrisst. Das ist ja fast so ein invasives Wachstum. Und dabei werden mütterliche Gefäße eröffnet. Und diese können natürlich auch bluten. Das Ganze läuft ab über den Gebärmutterhals, kommt vaginal zum Vorschein und man sieht eine vaginale Blutung. Jetzt kommt aber die Krux. Viele denken, so in der Schwangerschaftswoche 6, 7, 8 kommt eine leichte Blutung auf. Oh, das ist eine Einnistungsblutung. Tatsächlich passiert dieses Ereignis so ungefähr vier bis sechs Tage nach Eisprung. Ganz oft wissen die Frauen da noch gar nicht, dass sie schwanger sind und manchmal auch missinterpretieren sie diese Blutung als Periode. Und denken, ach ja, Periode, bisschen früher, bisschen kürzer, aber passiert ja mal. Und drei, vier Wochen später merken sie, irgendwas passiert mit dem Körper. Also diese Einnistungsblutung passiert sehr früh. Was man aber auch wissen muss, und da kommt mir jetzt zu dieser Woche 5, 6, 7 vielleicht zu, das Ganze kann sich auch sammeln als eine Art Hämatom, also wie so ein Bluterguss. Und dieser Bluterguss wird in den meisten Fällen abgebaut, ohne dass Frau es merkt. Aber manchmal laufen diese Blutergüsse dann irgendwann, wenn sie eine gewisse Größe haben, auch ab. Und das kann tatsächlich ein bisschen später passieren und zeigt sich als ganz oft eine bräunliche, ja fast schon dunkle Blutung, Schmierblutung, die dann quasi morgens, wenn man aufsteht, im Höschen landet. Und da muss man dann halt auch schauen, als Gynäkologin und Gynäkologe, ob man so ein Hämatom noch sehen kann im Ultraschall oder eben nicht. Gefährlich wird so ein retro-placentares Hämatom eigentlich nur, wenn es nicht aufhört zu bluten. Das heißt, es blutet weiter, das Hämatom wird größer und kann sogar zu einer Plazenta-Ablösung führen. Passiert aber tatsächlich sehr, sehr selten, weil die meisten Frauen ein intaktes Gerinnungssystem haben, sodass dieses Hämatom irgendwann abgebaut wird oder abblutet. Und dann hat sich das auch erledigt. Dann gibt es natürlich noch Blutungen, die nach vaginalen Verletzungen vorkommen können. Klassiker wäre auch nach Geschlechtsverkehr. Nicht nur die vaginale Schleimhaut kann verletzt werden beim Geschlechtsverkehr, sondern eben auch die sogenannte Portio-Ektopie. Das ist wiederum an dem Gebärmutterausgang, also am Gebärmutterhals, eine Schleimhaut, die bei jungen Frauen öfter mal so nach außen gestülpt ist. Und sobald da Kontakt kommt, entweder bei uns beim Abstrich oder auch durch Penis, kann es zu Blutungen kommen. Das ist eine klassische Blutung, die eigentlich am Tag nach dem Geschlechtsverkehr auftreten kann, sich manchmal hellrot zeigt, schmerzlos ist, manchmal auch ein bisschen dunkler ist, wenn das Blut schon älter ist. Klar gibt es auch hormonelle Blutungen. Da passiert jetzt auf hormoneller Basis wahnsinnig viel. Wir haben ein Gelbkörperhormon, was einfach in die Höhe schießt. Wir haben einen Gelbkörper, der auch eine Zyste manchmal bildet, die auch mal kaputt gehen kann. Dann kommt es zu kleineren Abbruchblutungen. Also hormonelle Blutungen aus der Gebärmutter, Schleimhaut, vaginal sichtbar, können auch passieren, muss auch nicht immer gleich was Schlimmeres bedeuten. Wichtig ist auch hier, dass man per Ultraschall guckt, ob beim Embryo alles soweit okay ist. Jetzt kommen wir zu den Blutungsgründen, die nichts Gutes bedeuten. Allen voran natürlich der Abort, also die Fehlgeburt. Man sagt so 20 bis 25 Prozent der Blutungen in der Frühschwangerschaft sind mit einem Abort assoziiert. Also, und das ist auch der Grund, warum sowas immer abgeklärt werden muss, schauen wir natürlich ganz genau, was macht der Embryo, ist alles in Ordnung. Ganz oft sind das frischere Blutungen, ganz oft gehen die auch einher mit Schmerzen. Und dabei meine ich jetzt nicht dieses normale Ziehen, was sich bei der Einlistung auch zeigen kann und bei den ersten Wochen sehr normal ist, sondern wirklich auch ein Druck, wie so eine Art Periodenschmerz, der auch in den Rücken ziehen kann. Das sind so klassische Vorboten, die in den meisten Fällen nichts Gutes zu bedeuten haben. Ein Windei oder eine Blasenmole, das sind quasi Schwangerschaften, die sehr speziell sind, wo es nicht zu einer richtigen Befruchtung kommt. Merkt der Körper irgendwann, hier geht irgendwas nicht in die richtige Richtung. Da kommt es auch manchmal sogar bei so einer Blasenmole zu sehr starken vaginalen Blutungen, dass man wirklich das Gefühl hat, es ist so stark wie die Periode oder sogar darüber. Viele, die jetzt nicht auf eine Schwangerschaft hoffen und deswegen auch nicht getestet haben, missinterpretieren auch diese Blutung oftmals als verstärkte Periode. Ganz wichtige Differenzialdiagnose bei vaginaler Blutung in der Frühschwangerschaft ist die Eileiterschwangerschaft. Ich habe auch ein Video dazu gemacht, das kann ich euch hier mal verlinken. Die Eileiterschwangerschaft ist mitunter ein riesiger Notfall in der Gynäkologie, eine der wenigen. Denn hier kommt es eben zu einer Einnistung meistens im Eileiter und wenn diese Schwangerschaft nicht adäquat, aber trotzdem wächst, kann es natürlich zu Verletzungen des Eileiters kommen und auch zu sehr starken Blutungen. Diese Blutungen können eben natürlich auch Richtung Gebärmutterausgang laufen und vaginal sichtbar werden. Auch hier, der Ultraschall wird zeigen, ist eine Schwangerschaft in der Gebärmutterhülle oder ist da nicht zu sehen und trotzdem gibt es die Schwangerschaftsanzeichen oder den positiven Test. Jetzt kommen wir langsam zu dem Punkt, was kann man denn dagegen tun? Und das ist überschaubar, kann ich schon mal vorwegnehmen. Natürlich, wir haben es erwähnt, ist die ärztliche Untersuchung ein A und O. Ob das jetzt am selben Tag oder in der selben Stunde noch passieren muss, hängt auch ein bisschen davon ab, wie stark ist die Blutung, wie viele Schmerzen hast du. Wenn es sehr stark blutet, wenn du starke Schmerzen hast, gehört die Abklärung eigentlich sofort. Wenn es eine leichte Schmierblutung ist, kann auch mal eine Nacht dazwischen liegen. Dass man am nächsten Tag zu seiner Gynäkologin, zu seinem Gynäkologen geht. Auch das ist möglich. Wichtig ist aber, dass es abgeklärt wird innerhalb der nächsten 24 Stunden. Jetzt kommt es ein bisschen darauf an, auch in welcher Schwangerschaftswoche du dich genau befindest. Ob wir schon im Ultraschall überhaupt was sehen können. So ungefähr um die fünfte, sechste Schwangerschaftswoche kann man dann schon die ersten Schwangerschaftsanzeichen in der Gebärmutter auch gut und deutlich sichtbar machen. Aber selbst wenn wir nichts sehen, kann man über den Schwangerschaftshormonwert, über das Blut zum Beispiel, ganz gut schauen, wie der Schwangerschaftshormonwertverlauf ist. Faustformel ist immer ungefähr, der sollte sich verdoppeln alle 48 Stunden. Wenn ich jetzt also nichts in der Gebärmutterhöhle sehe, ich weiß aber, die Frau ist schwanger, würde ich mir jetzt angucken, wie ist der Schwangerschaftshormonverlauf. Wenn die Frau eine vaginale Blutung hat, ich sehe den Embryo, es sieht auch alles gut aus, der ist intakt, das Herzchen schlägt, ich sehe aber kein Hämatom, macht man therapeutisch gar nicht so viel. Gelockerte Betthruhe heißt es dann immer. Also man geht nach Hause, legt die Beine hoch und versucht an diesem Tag ein bisschen ruhiger zu machen. Magnesium, wenn man Krämpfe hat zum Beispiel, kann manchmal unterstützend helfen, die Gebärmutter so ein bisschen zu relaxieren. 300 Milligramm zweimal am Tag ist so ein Klassiker, kann man auch noch höher dosieren. Jetzt kommt das große Schlagwort Progesteron, das Gelbkörperhormon. Ihr habt es vielleicht auch schon mal mitbekommen, auch in Kinderwunschkliniken zum Beispiel wird das ja unterstützend gegeben, aber kann es tatsächlich eine Fehlgeburt verhindern, wenn es jetzt zu einer vaginalen Blutung kommt? Tatsächlich ist die Studienlage nicht klar. Man hat geschaut, kann ich eine Fehlgeburt bei einer vaginalen Blutung verhindern, indem ich Progesteron, mikronisiertes Progesteron ist das dann, vaginal zum Beispiel appliziere. Hier zeigt sich keine klare Signifikanz. Es kann also auch nicht guten Gewissens empfohlen werden. Es gibt eine Ausnahme. Wenn du in der Vorgeschichte eine oder mehrere Fehlgeburten schon hattest, hier ist die Empfehlung ganz klar, dann sollte ich, wenn die Frau jetzt in der aktuellen Schwangerschaft eine vaginale Blutung hat, mikronisiertes Progesteron geben. So eine klassische Dosierempfehlung sind zweimal 400 Milligramm mikronisiertes Progesteron. Es kommt aber immer darauf an, gebe ich es vaginal, was Vorteile zu haben scheint, weil es vor Ort sehr stark wirksam ist. Und eben diese Metabolite, die beim Schlucken eben freigesetzt werden durch die Aufspaltung in der Leber, andere Effekte haben kann, die man zu der Zeit eben nicht braucht. Deswegen ist eigentlich die vaginale Applikation der Goldstandard. Viele Kliniken, GynäkologInnen geben nichtsdestotrotz, auch wenn eine Fehlgeburt in der Vergangenheit fehlt, trotzdem Progesteron. Schreiben Sie dir auf Rezept hier, nehmen Sie mal das, legen Sie sich zu Hause ein bisschen hin, Beine hoch etc. Ist nicht die offizielle Empfehlung, kann aber trotzdem gemacht werden, weil man möchte ja auch irgendwie proaktiv etwas tun. Wichtig ist aber auch hier die gute Aufklärung über die Nebenwirkungen. Denn auch mikronisiertes, körpereigenes Progesteron kann natürlich auch Nebenwirkungen haben, gerade wenn es relativ hoch dosiert wird. Die Frage ist ja auch immer, wie lange muss ich jetzt das Progesteron einnehmen? Und hier sagt man, dass man ab der 10. Schwangerschaftswoche ungefähr die Dosis halbieren kann und so langsam das Progesteron eben ausschleicht, sodass es bis zur 12. Woche spätestens dann abgesetzt wird, weil dann übernimmt die Plazenta die Progesteronbildung und nicht mehr der Gelbkörper. So, ich hoffe, ich konnte das einigermaßen und verständlich zusammenfassen. Ja, Blutung in der Frühschwangerschaft gar nicht mal so selten. Und nein, es muss nicht immer gleich was Schlimmeres dahinter stecken. Wichtig ist, dass man es eben abklären lässt. Man kann therapeutisch ein bisschen was tun, gerade auch, wenn eine Fehlgeburt oder mehrere in der Vorgeschichte waren, kann man hier vorbeugend mit dem Progesteron arbeiten. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal und Tschüss.